Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs klären. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Klärt. Klärte. Hat geklärt. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich kläre. Du klärst. Erklärt. Wir klären. Ihr klärt. Sie klären. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich klärte. Du klärtest. Erklärte. Wir klärten. Ihr klärtet. Sie klärten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe geklärt. Du hast geklärt. Du hast geklärt. Er hat geklärt. Wir haben geklärt. Ihr habt geklärt. Sie haben geklärt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich kläre. Du klärest. Erkläre. Wir klären. Ihr klären. Ihr klärtet. Sie klären. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich klärte. Du klärtest. Erklärte. Wir klärten. Ihr klärtet. Sie klärten. Den Schluss macht der Imperativ. Kläre du. Klären wir. Klärt ihr. Klären sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb klären. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020